Wenn Lernen eine Grundeigenschaft des Lebens ist, dann versauere ich jedem Lebewesen die Freude am Leben, wenn ich ihm die Freude am Lernen verderbe. Wenn wir Kinder in die Schule schicken und die dort ihre ihnen angeborene Freude am Lernen verlieren, verlieren sie auch ihre Freude am Lebendigsein. Das werden wir im 21. Jahrhundert ändern müssen. Weil mit lauter Halbtoten, die nur noch funktionieren und bereit sind, im Hamsterrad ihren täglichen Gang zu machen, wird dieses 21. Jahrhundert nicht zu gestalten sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017